Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4 und zwar dem DLC Das Tal der Yetis und jetzt geht es weiter hier mit der nächsten Hauptmission. Oh fuck, soviel zum Helfer rufen. Der Inquisitor will diesen hier, der Sprengstoff herstellen wollte. Das klingt interessant. Ja, wir bereiten gerade alles für Ihre Ankunft vor. Habt ihr ihn? Ja Inquisitor, er ist hier bei uns. Was ist mit dem Sprengstoff? Habt ihr den Sprengstoff gesichert? Nein Inquisitor, er wollte nicht sagen wo er ihn versteckt hat. Okay, werft ihn in eine Einzelzelle. Nein, noch besser. Gebt ihm was von dem Elixier und werft ihn zu den anderen. Die geben hübsche Opfergaben ab. Er ist bereit, wenn sie eintreffen. Exzellent. Ich bin jetzt auf dem Weg. Schließt euch ein. Die Ungläubigen sind doch im Tal und wir wollen nicht, dass sie sich einmischen. Ich hab hier einen Satz Schlüssel und werde sie mitbringen. Wie sie befehlen. Sprengstoff, hm? Das hört sich doch gut an. Eine explosive Situation. Hm. Ja. Dann wollen wir mal hin. Waffen haben wir jetzt schon im letzten Part eingesammelt. Haben wir schon gekauft, haben uns schon ausgerüstet. Das wollte ich eigentlich von mir geben. Und ja. Hier ist ziemlich viel passiert. Im letzten Part. Einfach nochmal ein Part zurück gucken. Dann haben wir die dritte Nacht überlebt. Ich wollte nochmal schauen. ganz kurz. Äh. Fertigkeiten haben wir. Oh, fünf Punkte. Da kann man ja hier. Ähm. Kann man endlos sprinten. Das ist natürlich perfekt. So. Achso. Äh. Ich wollte gucken. Und zwar. Ja. Haben wir noch drei Hauptmissionen. Und zwei Nächte. Das kommt hin. Das heißt. Jetzt die Mission noch eine Nacht. Die nächste Mission noch eine Nacht. Und dann noch eine Mission. Und. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich habe jetzt vor. Eigentlich mit dieser. Ja. Mehrschnittigen Session. Diesen Part hier. Far Cry 4. Abzuschließen. Ich hoffe. Der Jedi DLC. hat einen besseren Schluss. Als. Das Hauptspiel. Denn da war der Schluss. eher schlecht. Als recht. nicht. Ja. Auch. Wenn man. Mir. Jetzt. Vielleicht. Vorsagen. Möchte. Das. Es. Ja. Meine. Schuld. Gewesen. Ist. Dass. Ich. Paganin. Einfach. getötet. Und. Dann. Muss ich. Dazu. Sagen. Dann. Hätte man. Ein. Klein wenig. Besseren. Besseres Ende. Einbauen. Kann. Muss man. Ganz ehrlich. Sagen. Deswegen. Bin ich. Ein wenig. Enttäuscht. Muss ich. Sagen. Ja. Was war ich denn hier? Hi. 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 Heißt für mich. Dent tad tad This show Di Ja, Moment. Ist ja mal unangenehm. Den brauchen wir. Der Schlüssel. Und dann gehen wir mal zum Gefängnis. Und da denke ich mir mal, holen wir diesen Typen raus. Der weiß, wo der Sprengstoff ist. Ich bin ja dann auch mal gespannt, wer dieser Inquisator ist. Das war's sowieso für euch. Jetzt reicht's aber mal, ey. Das ist denn hier noch los. Meine Fresser. Was ist denn hier los? Kommt rein hier, Perna. Ich seh euch überhaupt nicht. Naja. Ach. Ach, leck mich doch. Kommt bestimmt zu Fuß, die Säcke. Tja. Ich würde sagen. Wir machen da ein bisschen vorsichtiger. Denn ich kann mir mal vorstellen, dass es hier bestimmt auch wieder Dings gibt. Ja, Lungsurteil. Ja. Habe mal eins. Das finde ich natürlich sehr gut. Ja. Das finde ich natürlich sehr gut. Der Alarm ist gefickt. Nee, der Alarm ist defekt. Ich glaube, ich glaube, du bist der Einzige, der noch... Nee, da drüben ist. Da drüben ist einer. Ich werde es ja nicht. Ich werde es ja nicht. okay wie den hund und ich habe gar nicht gedacht hier sieht auf jeden fall so aus als könnte man rein ok da scheint sich keiner mehr zu bewegen und wenn doch machen wir natürlich kurz im prozess ok ich hätte auch natürlich diesen schönen schneeleopard oh da ist ja noch ein ding so das habe ich gar nicht gemerkt war natürlich kaputt noch das im nachhinein keiner noch holen kann was haben wir denn hier in der munitionskiste das ist natürlich schick du triffst dich jetzt gerade ganz gut weil ich meine waffe irgendwie versaut habe ähm hallo ist einfach mal weggepackt ich finde ich jetzt natürlich nicht so pralle dass diese waffe einfach weg ist aber was willst du machen was willst du machen so wo ist noch eine kiste mit fell meins ich gehe mal kurz runter weil da irgendwas ist mit natürlich der falschen taste kommen wir da nicht runter das muss uns bewusst sein hier sind drin aber oben ist immer schöner rein zu kommen ich gucke noch mal nach oben was da oben ausschaut das lassen wir uns mal nicht nehmen okay jetzt wird es dunkel woh pippen 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 oh shit hey hey Der leise Tod. Haben wir natürlich mehr Kontrolle hier. Immer noch ein Alarm. Okay. Was? Wieso? Ach, Mann. Ich weiß aber auch nicht nur die Verstärkung. Hinrichtung des... Ach! Ach so. Der ist weg. Fängt an zu suchen. Okay. Ich weiß, dass er hier ist. Irgendwo. Der Fremde kann doch nicht weit sein. Ich mach mich nach oben. Er hat sich nicht aufgelöst. Er ist nur ein Mensch. Der Fremde ist hier. Und... Schüsse. Bewegung! Hä? Ich bin leer! Ich bin leer! Okay. Ja, wir müssen, glaube ich, weiter vorschreiten, um... zu wissen, wo es wirklich lang geht. Ja. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Und... Oh, Mann. Alles. 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 ist raus ich könnte jetzt den typen holen ich will dir helfen ich will dir helfen genau, hör du mal ab verschwinde hier das ist der Sinn total beschissenes Gebiet hier da geht's rein okay ich glaube auch da rein okay das ist nur ein kleiner Ausweichweg ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Okay. Okay. Oh schön. Okay. 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 Okay.